Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin dankbar für meine Familie. Sie geben mir Kraft. Das ist nicht selbstverständlich. Ich will können, wie ich will. Ich will nicht zur Last fallen. Wieso ich? Ich will können wie früher. Ich will denken wie früher. Ich will sein wie früher. Wieso ich? Hoffentlich haben meine Kinder es nicht. Es frisst mich auf. Hoffentlich haben meine Kinder es nicht. Die Krankheit nimmt mir die Zeit. Immer mehr. Wieso guckst du so? Glaubst du, ich bin betrunken? Ich bin krank. Schau hin. Schau einfach genauer hin. Ich heiße Klaus und lebe mit der Andenkenkrankheit. Schau einfach im BORDER Untertitelung des ZDF, 2020